Willkommen auf dem YouTube-Kanal Supermarkt Prospekte und Angebote Deutschland. Bereiten Sie Ihre Einkaufsliste nicht vor, ohne dieses Video anzusehen. Rabatte, die zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juni bei Norma gültig sind, bieten unumgängliche Angebote für viele Produkte. Für diejenigen, die auf eine gute Gelegenheit warten, ihr Zuhause auf den Sommer vorzubereiten und ihren Garten zu verschönern, gibt es bei Norma die besten Angebote. Die neuesten Rabatte schnell erfahren, abonnieren Sie unseren Kanal und vergessen Sie nicht, das Video zu mögen. Bis zum nächsten Mal. Wir versuchen unseren Kanal und unsere Inhalte für Sie zu verbessern und besser zu machen. Dafür brauchen wir dringend Eure Meinung und Eure Unterstützung. Sie können uns Ihre Meinung mitteilen, indem Sie uns im Kommentarbereich erreichen und uns unterstützen, indem Sie sich anmelden und Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Um über die neuesten Angebote und Katalograbatte informiert zu bleiben, können Sie unseren Kanal abonnieren und Benachrichtigungen aktivieren. Sie können uns unterstützen, indem Sie die Videos, die Ihnen gefallen, mögen und teilen. Außerdem sind Ihre Kommentare und Feedbacks für uns äußerst wichtig. Indem Sie Ihre Ideen und Meinungen mit uns teilen, können Sie uns dabei helfen, bessere Inhalte für Sie zu produzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.